Willkommen zu einer weiteren Verbrauchsfahrt. Heute mit einem Jaguar und zwar dem ersten elektrischen Jaguar, dem Jaguar I-Pass. Mich interessiert jetzt, wie viel Strom braucht eigentlich so ein Performance SUV, wenn wir wieder mal 100 Kilometer fahren über Land, durch die Stadt und über die Autobahn. Willkommen zu meiner Probefahrt im Jaguar I-Pass. Dieses vollelektrisch angetriebene Sport SUV hat zwei Elektromotoren, die es antreiben und die liefern zusammen 294 kW Leistung oder 400 PS. Nicht ganz 700 Newtonmeter maximales Drehmoment, das jedoch von Nullumdrehung an, weil eben Elektromotoren. Und Jaguar sagt, der Wagen soll nach WLTP 24,8 Kilowattstunden auf 100 gefahrene Kilometer verbrauchen. Und Jaguar sagt, der maximale Wert, den man als Reichweite erreichen kann, der liegt bei 470 Kilometer. Wenn man hier jedoch losfährt mit dem Auto und alles auf Null stellt, dann stellt man fest, dass das Auto einen völlig anderen Wert anzeigt, nämlich eine Reichweite von eher 370 Kilometern. Es sind draußen mollige 33 Grad im Schatten. Leider haben wir hier keinen Schatten und deswegen läuft wie bei mir immer die Klimaanlage eingestellt auf 22 Grad auf die niedrigste Ventilationsstufe, damit eben die Geräusche hier das Moderieren nicht stören. Und ich will jetzt mal rausfinden, wie viel, naja, wie viel braucht denn so ein elektrisch angetriebenes, leistungsstarkes SUV eigentlich wirklich bei 100 Kilometer Fahrt, ganz normal, über Land, durch die Stadt und über die Autobahn. Der I-Pace wird angetrieben von zwei Elektromotoren. Einen an der Vorder-, einen an der Hinterachse. Und somit bietet er zu allererst einmal Allradantrieb. Aber diese Elektromotoren liefern maximal 294 Kilowatt Leistung. Also das heißt 400 PS umgerechnet. Und ein Drehmoment von maximal 696 Newton. Ganz wichtig aber, da es sich um Elektromotoren handelt, gilt das Ganze von der Umdrehung null an. Und das sorgt für doch recht ordentliche Fahrwerte. Der I-Pace ist zwar nur rund 200 Kilometer pro Stunde schnell, aber er beschleunigt in 4,8 Sekunden von null auf 100. Und jetzt schauen wir mal, was unser I-Pace so unter der Haube hat. Und hier finden wir kein Motor, denn der I-Pace hat seine Elektromotoren vorne wie hinten direkt an der Achse. Aber was wir finden, ist ein 27 Liter großes Staufach. Und das ist zum Beispiel ideal, um das Ladekabel dort zu verstauen. Aber natürlich bietet der I-Pace auch einen vernünftigen Kofferraum. Und der hat bei aufgestellter Rückbank ein Volumen von 656 Liter. Klappe ich die Rückbank um, dann wächst das Ganze an auf 1.453 Liter. Im Fahrzeug geht es recht modern zu. Und so bietet der I-Pace zum Beispiel bereits serienmäßig ein 12,3 Zoll großes voll digitales Cockpit, das ich auch mir selber so einstellen kann oder anpassen kann, wie ich es gerne haben möchte. Darüber hinaus habe ich hier noch in der Mittelkonsole ein 10 Zoll großes Touchscreen. Das dient im Prinzip zur Bedienung des gesamten Fahrzeugs, aber natürlich primär ist es fürs Infotainment-System gedacht. Und dann gibt es noch mal etwas tiefer, dort wo man normalerweise die Klimaanlageneinstellung erwartet, ein 5 Zoll großes Display, auch ein Touchscreen, das rechts und links von Drehreglern flankiert wird. Und das ist dann im Endeffekt eine zusätzliche Kontrolleinheit, die unter anderem für die Klimaanlage verantwortlich ist. Und somit habe ich hier drei Displays im Fahrzeug verbaut und das bereits ab Werk. Der I-Pace hat serienmäßig bereits eine Verkehrszeichenerkennung mit an Bord. Wie man jedoch jetzt leider gerade sehen kann, erkennt er anscheinend nicht immer jedes Verkehrszeichen, denn ich befinde mich auf der Landstraße und er hat anscheinend nicht mitbekommen, dass ich mehr als 50 fahren darf. Denn hier zeigt er mir immer noch die Begrenzung an mit 50 kmh Höchstgeschwindigkeit. Was ich übrigens gerade leidvoll feststellen darf, ist, dass die Klimaanlage bei diesen Außentemperaturen aktuell 32 Grad auf kleinster Lüftungsstufe einfach nicht reicht, um diesen Wagen vernünftig zu temperieren. Denn im Moment ist mir einfach nur sehr warm. Der I-Pace ist ganz knapp über zwei Meter breit und sehr flach, gerade an der Front. Und natürlich finden wir hier das typische Jaguar Gesicht mit dem breiten und flachen, hier in schwarz gehaltenen Kühlergrill und auch mit den typischen Jaguar Scheinwerfern. Wichtig ist, der I-Pace hat immer LED-Scheinwerfer mit dem dynamischen Blinker mit an Bord. In unserer Ausstattungslinie der zweithöchsten, nämlich SE, gibt es diese Scheinwerfer zusätzlich noch mit der sogenannten Double-Blade-Signatur. Und wer möchte, kann gegen einen Aufpreis von 1.150 Euro auch Matrix-LED-Scheinwerfer ordern. Um den I-Pace möglichst aerodynamisch zu halten, gibt es an der Front aber zwei Besonderheiten. Zum einen befinden sich hinter dem Kühlergrill noch aktive Lamellen. Die öffnen und schließen sich, je nachdem, wie viel Frischluft das Fahrzeug braucht. Das optimiert den Luftwiderstand. Und es gibt eine durchbrochene Haube. Das heißt, auch hier fließt die Luft durch. Und auch das sorgt dafür, dass der Luftwiderstand des I-Pace nochmals optimiert wird. Der I-Pace bezieht seine Energie aus einer 90 Kilowattstunden großen Batterie, die hier im Unterboden des Fahrzeugs verbaut ist zwischen den Achsen und die dort für einen sehr schönen tiefen Schwerpunkt sorgt. Jetzt aber noch mal zur Reichweite. Wenn man sich anschaut, dass diese Batterie eben 90 Kilowattstunden hat und der I-Pace im Durchschnitt 24,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbrauchen soll, dann kann der Wagen gar nicht die 470 Kilometer maximale Reichweite anzeigen beim Start, die Jaguar angibt. Denn wenn wir mit 25 Kilowattstunden rechnen, um es uns einfacher zu machen, dann wären wir bei einem Faktor 4, also bei 400 Kilometern, schon bei 100 Kilowattstunden, die wir in der Batterie haben müssten. Und daher kommt eben dieser Wert. Ich bin mir aber sicher, wenn man den I-Pace unter optimalen Bedingungen sehr sparsam und natürlich auch im Eco-Modus fährt, dann kann man diesen Wert sicherlich erreichen. Sprechen wir mal über das Thema Ablagemöglichkeiten hier im Jaguar I-Pace. Wir haben hier in den Türen Ablageflächen auch für große Flaschen, wobei die Flaschen hier eher liegen, als dass sie stehen. Wir haben darüber hinaus aber, da der Jaguar durch seine beiden Elektromotoren kein Getriebetunnel braucht, sehr viel Platz hier in der Mittelkonsole. Und das heißt, ich habe zum einen unter dieser Klimabedieneinheit hier vorne ein wirklich großes, offenes Fach, in das ich Dinge reinlegen kann. Da liegt aktuell zum Beispiel mein Telefon drin und dort gibt es auch zwei USB-Anschlüsse. Darüber hinaus habe ich dahinter ein kleines, schmales Fach und dann kommt im Grunde genommen schon das Fach unter der Armauflage. Und das ist hier relativ groß. Da kann ich meinen Arm komplett reinstecken, denn das hat 10,5 Liter. Wichtig ist der vordere Teil davon, der ist separat nochmal hochklapp- oder rausnehmbar. Und so kann man hier vorne auch durch dieses Teil, wenn man das abnimmt, zusätzlich noch zwei Becherhalter erreichen. Darüber hinaus gibt es im I-Pace serienmäßig, also bereits ab Werk, hier oben ein Fach für die Sonnenbrille oder Brille. Und natürlich finde ich auf der Rückbank ebenfalls in den Türen die großen Ablagen. So, jetzt geht es auf die Autobahn und wir haben bis jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 19,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer gehabt bei Moderator über Landfahrt. Und jetzt auf der Autobahn werde ich am Anfang mal ordentlich durchbeschleunigen, um zu schauen, was das Fahrzeug wirklich kann. Ein bisschen, eine kurze Zeit etwas schneller fahren, um mich dann nachher wieder mit der Richtgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde auf der Autobahn einzureihen. Und jetzt schauen wir, was 400 PS im Elektroauto bedeuten. So, einmal Vollgas, Beschleunigung ist schon sehr, sehr ordentlich und sie ist vor allen Dingen sofort da. Unglaublich, jetzt schon 170, der Wagen ist unglaublich flott dabei. 190, 200, jetzt ist allerdings bei 200 merke ich, dass die Gasannahme zurückgeht. Da scheint eine Regelautomatik drin zu sein, die sagt, so schnell wie du willst, darfst du dann doch nicht. Man ist aber, wie gesagt, sehr schnell da oben. Ich fahre jetzt, ich fahre jetzt rund 130, weil der Verkehr vor mir das nicht mehr zulässt. Und ich setze mal den Tempomaten bei 130, schauen wir mal. Und dann hört man hier im Auto nicht wirklich viel. Die Windgeräusche sind sehr, sehr gering. Motorgeräusche habe ich eh keine. Und das ist eine Atmosphäre, in der kann man sich wohlfühlen. Wirklich sehr schön ruhig. Aber mich interessiert natürlich, wie verändert sich das, wenn ich schneller fahre. Und das werden wir jetzt noch mal ausprobieren. So, jetzt fahre ich mal 190, gleich 200. Natürlich habe ich jetzt Windgeräusche im Auto, aber ich finde, die halten sich immer noch in vernünftigen Grenzen. Was tatsächlich bei schneller Fahrt auffällt, ist, dass man hier überhaupt kein Motorgeräusch hat. Man hört im Grunde genommen vom Fahrzeug, vom Antrieb des Fahrzeugs überhaupt nichts. Das einzige, was hier leicht durchkommt, sind ein paar Abrollgeräusche der Räder und natürlich die Windgeräusche. Und wir sind jetzt hier gerade auf einer relativ schlechten Autobahn unterwegs, also noch alte Betonplatten. Da hört man dann schon ein bisschen mehr vom Bodenbelag. Aber jetzt auch 180. Das Geräuschniveau im Auto finde ich sehr angenehm. Was man ebenfalls so fortzieht, ist, dass sich der Durchschnittsverbrauch, den das Fahrzeug anzeigt, massiv ändert. Wir sind jetzt bereits nach so einer kurzen Distanz schon bei 24,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer im Durchschnitt, wie gesagt. Und ich bin mal gespannt, was das Auto am Ende der Autobahndistanz dann anzeigt, wie hoch unser Verbrauch dann tatsächlich liegt. Was bei Elektrofahrzeugen immer der Fall ist, und da macht der Jaguar I-Pace natürlich keine Ausnahme ist, sobald ich Gas gebe, reagiert das Fahrzeug sofort. Es gibt überhaupt keine Verzögerung. Und da hat man ganz klar einen großen Vorteil gegenüber jedem Verbrennungsmotor. So, da ist wieder mein geliebtes Schild. 120 Kilometer pro Stunde maximal erlaubt. Das heißt für mich Tempomaten an bei 120. Nach unserer zugegeben recht zügigen Autobahnfahrt hat sich unser Durchschnittsverbrauch mittlerweile bei 26 Kilowattstunden pro 100 Kilometer eingependelt. Und damit sind wir jetzt bereits rund eine Kilowattstunde über dem von Jaguar angegebenen Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometer. Der I-Pace, den ich hier fahre, der hat nicht nur den adaptiven Tempomat mit an Bord, sondern außerdem auch noch einen aktiven Spurhalteassistenten. Und da muss ich sagen, der macht einen wirklich guten Job. Ich kann hier im Endeffekt die Hände vom Lenkrad nehmen und der Wagen bleibt schön auf der Mitte der Spur, fährt wirklich schön geradeaus, macht auf mich einen sehr ordentlichen Eindruck und das nicht nur auf der Autobahn. Der Jaguar I-Pace wird in der Basisversion mit 18 Zoll Leichtmetallrädern ausgeliefert. Unsere SE-Variante jedoch steht serienmäßig auf 20 Zoll. Es gibt aber auf Wunsch bis zu 22 Zoll große Felgen, die jedoch nicht ganz preiswert zu haben sind. Wenn wir uns das Fahrzeug im Gesamten anschauen, erstmal die Farbe. Dieses Grau, das wir hier haben, ist Metallic-Lack. Finde ich, passt super zum Fahrzeug, weil auch mit den Schwarzflächen extreme Kontraste entstehen, kostet aber 990 Euro extra. Wenn wir uns den I-Pace insgesamt anschauen, der ist 4,68 Meter lang, hat aber einen Radstand von 2,99 Meter und das kommt einfach dadurch, dass wir eben zum Beispiel vorne keinen großen Verbrenner verbaut haben. Und so haben wir vorne wie hinten extrem kurze Überhänge und innen dadurch sehr viel Platz. Außerdem ganz wichtig, der Wagen ist nur 1,57 Meter hoch und das sorgt einfach für diese sehr sportliche, sehr flache und kraftvolle Optik. Wenn wir uns das Design des Fahrzeugs anschauen, ist wichtig. Jaguar nennt diese Form, diese Bauform, Cap Forward Design. Das heißt nichts anderes, als dass die Fahrgastzelle sehr weit nach vorne rückt. Das geht auch nur wiederum, weil vorne kein Verbrennungsmotor im Weg ist und sorgt einfach dafür, dass der Platz zwischen den Achsen einfach viel besser ausgenutzt werden kann und das Fahrzeug trotz relativ geringer Außenmaße sehr viel Innenraum bietet. Ein wichtiges Detail von der Seite ist außerdem noch, wir haben versenkbare Türgriffe. Das heißt, sobald ich das Auto abschließe oder losfahre, fahren diese Türgriffe ein. Das sorgt wiederum hier beim Fahrzeug für eine verbesserte Aerodynamik. So, unsere Autobahnfahrt ist zu Ende und wir haben jetzt rund 60 Kilometer von den geplanten 100 Kilometern geschafft und der Verbrauch liegt jetzt bei knapp unter 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, die das Fahrzeug hier anzeigt. Das finde ich ist ein recht ordentlicher Wert. Wir sind am Anfang der Autobahndistanz relativ zügig gefahren, dann eine ganze Zeit lang 120 und am Schluss 130, also Richtgeschwindigkeit. Da finde ich, wenn man dann den Durchschnittswert erreicht, den der Hersteller angibt, ist das für mich völlig in Ordnung. So, jetzt kommen wir in Richtung Stadt, das heißt stadtnahes Gebiet, also Geschwindigkeitsbeschränkung 50 kmh oder weniger. Und jetzt schauen wir doch mal, wie sich der Verbrauch hier entwickelt bei normaler Fahrt durch die Stadt. Starten tun wir das Ganze mit einem angezeigten Durchschnittsverbrauch von 24,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Der I-Pass hat bereits in der Serienausstattung Sportsitze an Bord, die wirklich vernünftigen Seitenhalt bieten und die auch zudem noch sehr komfortabel sind. Es gibt aber bei den Sitzen noch weitere Optionen. Das geht hoch bis zu klimatisierten Sitzen und ganz wichtig, man kann auch sogenannte Performance-Sitze ordern. Das sind dann Sitze mit integrierter Kopfstütze, die einfach nochmal den sportlichen Aspekt des Fahrzeugs hervorheben. Für all die von euch, die immer sehr genau hingucken, ich bin mir nicht sicher, dass man das in der nach vorne gerichteten Kamera oder später bei den Außenaufnahmen sehen wird, aber ich habe mir anscheinend auf der Autobahn Steinschlag eingefangen. Jetzt habe ich da vorne einen Riss in der Frontscheibe, der sich schön von der unteren Ecke mittlerweile bis fast auf die Mitte der Scheibe hochzieht. Ich hoffe, das wird nicht zu schlimm, ansonsten tut es mir echt leid, aber absichtlich mache ich sowas nicht. Während ich gemütlich durch die Stadt fahre, ein paar Worte zum Thema Platz im I-Pace. Hier vorne als Fahrer oder Beifahrer kann man sich es auch als großer Mensch, wie ich einer bin, mit fast zwei Metern Größe, wirklich sehr gut gehen lassen. Man sitzt sehr schön im Auto, kann sich das Lenkrad und den Sitz perfekt einstellen, um wirklich eine optimale Sitzposition zu erhalten und hat wirklich ausreichend Platz. Das gilt hier für die Schultern, genauso wie für die Beine oder, wie man hier sehen kann, auch für den Kopf. Hinter mir wirkt es so, als wäre immer noch genug Platz. Das probieren wir aber gleich bei einem kurzen Zwischenstopp einfach mal aus, wie ich denn hinter mir sitze. So, jetzt habe ich mal angehalten, um zu schauen, wie viel Platz ist eigentlich hinter mir im Jaguar I-Pace, wenn ich meinen Sitz vorne nicht verstelle. Große Tür fällt schon mal auf, macht das Einsteigen leichter. Jetzt gucken wir mal. Ich sitze hinter mir, habe vor meinen Knien, so zwei Zentimeter habe ich noch Luft und nach oben passt es auch, aber so gerade. Ich berühre mit den Haaren, mit den Haarspitzen quasi das Panoramadach, aber es geht und ich sitze mit meinen 1,95 Meter immer noch hinter mir. Obwohl der I-Pace, wie gesagt, sehr ordentlich ausgestattet ist, hat unser Fahrzeug hier trotzdem noch ein paar Extras an Bord, wie zum Beispiel das große, getönte Panoramaglasdach, was ich richtig schön finde. Leider kostet es 1.280 Euro. Was wir ebenfalls mit an Bord haben, ist ein Head-Up-Display. Finde ich sehr schön, weil man einfach beim Fahren den Blick auf die Straße richten kann, aber auch das gibt es nicht umsonst. Das kostet hier 600 Euro und was ich ein bisschen schade finde, ist, unser I-Pace hat kein digitales Radio mit an Bord, denn das kostet bei Jaguar für dieses Fahrzeug 380 Euro extra. So, jetzt haben wir rund 70 Kilometer unserer Gesamtfahrstrecke hinter uns und sind jetzt in der Stadt und wie sollte es anders sein? Feierabendverkehr und eine Baustelle, das heißt für mich Stop and Go. Mal gucken, wie sich das auf den Verbrauch auswirkt. Die Materialauswahl und auch die Verarbeitung hier im I-Pace gefällt mir wirklich sehr gut. Wenn ich zum Beispiel mir das Lenkrad anschaue oder auch Teile des Armaturenbretts mit einer Oberfläche, die an Alcantara erinnert, wirklich sehr schön anzusehen und auch schön anzufassen. Außerdem habe ich hier vorne sehr viele glänzende Klavierlackoberflächen, Glasoberflächen und das Ganze eben abgesetzt mit zum Beispiel Chrom-Elementen und das wirkt einfach alles sehr harmonisch, auch gerade noch in Verbindung mit diesen drei Displays, die wir hier im Fahrzeug haben. Man muss allerdings dazu sagen, dass zum Beispiel hier vorne diese große Klavierlackfläche sehr schön aussieht, aber leider sehr anfällig für Schmutz ist und das Gleiche gilt auch für diese vielen Bildschirme. Man sieht einfach jedes Staubkorn da drauf. Was mir im Auto nicht so gut gefällt, das sind hier diese Velour-Stoffe in der Tür oder zum Beispiel auch hier an den Sitzwangen. Das ist ganz ehrlich nicht mein Geschmack, aber Gott sei Dank gibt es für den Innenraum auch unterschiedliche Farben und auch unterschiedliche Oberflächen, wie zum Beispiel auch auf Wunsch schönes Leder. So, jetzt sind wir im älteren Teil der Stadt sehr schön anzusehen, aber ganz wichtig, hier gibt es Kopfsteinpflaster und jetzt schauen wir doch mal, wie sich denn das Fahrwerk hier auf Kopfsteinpflaster macht. Wichtig ist, unser I-Pace hat die Luftfeder mit an Bord, sollte eigentlich schön komfortabel bleiben. Ich bin mal sehr gespannt. Jetzt geht's los. Sowohl die Geräuschentwicklung als auch das, was ich an Schlägen von der unebenen Straße kriege, hält sich hier wirklich in Grenzen. Das ist absolut in Ordnung, denn ich kenne diese Strecke und die ist wirklich sehr uneben. Doch, finde ich, macht das Fahrwerk wirklich gut. Was mich hier übrigens gerade sehr überzeugt, ist, dass im Auto nichts klappert oder rappelt, außer, ganz wichtig, eine meiner verbauten Kameras. Die hat nach wie vor irgendetwas, was wohl noch mal nachgezogen werden muss, aber ansonsten vom Auto höre ich hier überhaupt nichts. So, diese 30er-Zone hier sollte eigentlich auch gut für den Verbrauch sein. Wie man sehen kann, die Stadtfahrt schadet bisher nicht. Aktueller angezeigter Durchschnittsverbrauch 24,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das Heck des I-Pace hat, wie ich finde, seinen ganz eigenen Look, aber trotzdem finden wir hier natürlich auch typische Jaguar-Merkmale. So zum Beispiel die breit ausgestellten Schultern mit dem schönen Schwung über das hintere Rathaus und natürlich die Heckleuchten, die sich hier von der Seite ins Fahrzeuge hineinziehen und die zum Beispiel hier diesen kleinen unteren Schwung haben. Den kennen wir zum Beispiel von alten Jaguar Sportwagen oder aber vom aktuellen F-Type. Ganz wichtig am Heck ist, wir haben eine sehr flache Heckscheibe und wir haben einen durchbrochenen Dachkantenspoiler und der sorgt dafür, dass zum einen so viel Luft auf die Heckscheibe kommt, dass der Heckscheibenwischer entfallen kann und ganz wichtig, er sorgt für eine deutlich verbesserte Aerodynamik des Fahrzeugs. Ansonsten finde ich, dass der I-Pace von hinten richtig kraftvoll auf der Straße steht und dieser sportliche Look, der wird noch mal unterstrichen durch den großen Diffusor unten am Fahrzeug. So, wir haben unsere Stadtfahrt abgeschlossen und fahren jetzt noch mal kurz über Land, bis wir die 100 Kilometer voll haben und aktuell zeigt der Wagen an 24,8 Kilowattstunden pro 100 gefahrene Kilometer, also in der Stadt verbraucht er nicht mehr. Das Thema Rekuperation, also quasi das Zurückwandeln von Bewegungsenergie in elektrische Energie, die dann wieder die Batterie speist, ist ein Riesenthema bei Elektrofahrzeugen und natürlich auch beim Jaguar I-Pace. Der I-Pace bietet zwei unterschiedliche Rekuperationsstufen. Die eine ist quasi so, als würde ich bei einem normalen PKW den Fuß vom Gas nehmen und gleichzeitig die Kupplung treten. Das heißt, das Fahrzeug segelt, sobald ich den Fuß vom Gas nehme und rekuperiert dann fast gar nicht. Die andere ist der sogenannte One-Pedal-Drive. Das heißt, in dem Moment, wo ich den Fuß vom Gas nehme, verzögert das Fahrzeug sehr stark und rekuperiert Energie und sobald ich wieder Gas gebe, geht es sofort wieder vorwärts. Das fühlt sich so ein bisschen an wie das Fahren mit einer Carrera-Bahn. Das Interessante hierbei ist, mit diesem sogenannten One-Pedal-Drive kann ich im Grunde genommen zum Beispiel in der Stadt oder auch über Land fast komplett aufs Bremspedal verzichten. Das heißt, ich muss nur wirklich dann die Bremse nutzen, wenn ich zum kompletten Stopp möchte oder aber, wenn ich in der Situation bin, wo eine extreme Verzögerung gefordert ist. Ansonsten kann man mit einem Fuß das Fahrzeug fahren. Fakt ist aber auch, dass das sogenannte Segeln, also der andere Modus, bei dem beim normalen Fuß von der Bremse neben kaum rekuperiert wird, dass dieser Modus nochmals effizienter ist. Aber wenn jemand dynamisch fahren will oder eben einfach zu faul ist, die Bremse zu benutzen, ist dieser One-Pedal-Drive wirklich mal eine Erfahrung wert. Man kann diese Modi, diese unterschiedlichen Rekuperationsmodi hier beim Jaguar I-Pace nicht über das Lenkrad wählen. Das ist bei anderen Fahrzeugen häufig der Fall. Da kann ich nämlich über die Schaltpedals, die normalerweise für den Gangwechsel da sind, die unterschiedlichen Rekuperationsstufen einstellen. Das gibt es beim Jaguar I-Pace nicht. Hier ist es so, dass ich in dem Menü meines Infotainments den Bereich Mein EV suchen muss, also mein EV und dort gibt es ein EV-Setup. Und in diesem Setup kann ich einstellen, wie soll das regenerative Bremsen aussehen. Also möchte ich, dass es niedrig ist, das ist dieses sogenannte Segeln, so wie jetzt Fuß vom Gas, das Auto rollt einfach weiter oder das ist das Hohe und das heißt Fuß vom Gas und der Wagen verzögert sofort. Wie gesagt, das geht hier leider nicht über Pedals am Lenkrad, denn wenn man das während der Fahrt ändern möchte, dann muss ich ganz ehrlich sagen, lenkt dieses Bedienen hier am Infotainmentsystem doch ziemlich vom eigentlichen Geschehen auf der Straße ab. Wer sich Sorgen um die Lebensdauer der Batterie im I-Pace macht, der sollte wissen, dass Jaguar auf die Batterie eine Garantie gibt und zwar bis zu acht Jahre bzw. 160.000 Kilometer. Grundsätzlich kann der Jaguar I-Pace mit bis zu 100 kW Ladestrom geladen werden und dann kann man sich schnell ausrechnen, dass man in rund einer Stunde an dem entsprechenden Schnelllader voll lädt. An öffentlichen Ladestationen, so wie dieser hier, da findet man häufiger eher 50 kW oder 25 kW, entsprechend länger dauert das Nachladen. Man kann den I-Pace aber auch zu Hause laden, denn er wird immer serienmäßig mit zwei Ladekabeln ausgeliefert. Eins eben für den Schnelllader und eines für die heimische Steckdose. Wichtig ist aber, zu Hause lade ich mit ungefähr 2,3 bis 2,5 kW und dann kann sich jeder ausrechnen, wie lange es hier dauert, wenn ich tatsächlich von 0 auf 100 Prozent eine 90 Kilowattstunden Batterie aufladen möchte. Thema Motor, Getriebe, Fahrwerk, Lenkung. Der I-Pace soll sich anfühlen wie ein echter Jaguar und das macht er. Der Wagen ist wirklich schön direkt, wenn es um die Lenkung geht. Die Bremse finde ich ist präzise genug, wobei hier und da mal man das Gefühl hat, als würde, wenn die elektrische Bremse nicht reichen und die mechanische dazu genutzt würde, soll eine Zusatzverzögerung kommen. Also eine Verzögerung, die man nicht so fein dosieren kann. Ist aber nicht immer der Fall. Ansonsten ist es so, dass das Fahrwerk hier im Wagen wirklich einen sehr ordentlichen Job macht. Der I-Pace ist relativ straff, auch im Komfortmodus schon, aber nicht unkomfortabel. Und wie wir zum Beispiel auf dem Kopfsteinpflaster gemerkt haben, da spielt er seine Vorteile einfach aus. Da liegt der Wagen wirklich sehr, sehr gut und sehr satt und ruhig auf der Straße. Das gilt übrigens auch für die Autobahn. Auch da ist es ein wirklich sehr ruhiges Fahrzeug. So, das waren 100 Kilometer und mein Fahrzeug zeigt an, ein Durchschnittsverbrauch von 24,7 Kilowattstunden je 100 Kilometer. Die Restreichweite beträgt immer noch 249 Kilometer. Das war sie, meine Verbrauchsfahrt im Jaguar I-Pace. 100 Kilometer durch die Stadt, über Land und über die Autobahn. Bevor wir aber jetzt über das Thema Verbrauch sprechen, erstmal ein bisschen was zum Auto im Allgemeinen. Was mir richtig gut gefällt, das ist zum einen das Exteriordesign, denn der I-Pace hat seinen ganz eigenen Look, ist trotzdem als Jaguar zu erkennen und er schreit nicht sofort, hallo, ich bin ein Elektroauto. Gefällt mir wirklich gut. Außerdem richtig schön finde ich den Platz im Innenraum und was mir sehr gut gefällt, das ist sowohl die Auswahl der Materialien wie auch deren Verarbeitung. Das ist für mich typisch Jaguar. Dann eine Sache, die mir nicht ganz so gut gefällt beim Fahrzeug, das ist der Preis, denn der I-Pace startet bei rund 79.000 Euro in der Basis. Unser hier als SE startet bei 87.000 Euro und mit all den Extras an Bord knackt er sogar die 100.000 Euro Marke. Das Ganze wird aber so ein bisschen aufgehoben, wenn man das Auto fährt, denn mit 400 PS und vollem Drehmoment ab null Umdrehung kann man mit dem I-Pace richtig viel Spaß haben, aber man kann ihn auch einfach sehr schön ruhig fahren und dann die Ruhe im Auto richtig genießen. Jetzt aber zum Thema Verbrauch. Jaguar sagt, 470 Kilometer Reichweite sind möglich und der Durchschnittsverbrauch liegt bei 24,8 Kilowattstunden auf 100 gefahrene Kilometer. Am Ende unserer Testfahrt hatten wir 24,7 Kilowattstunden im Cockpit stehen, also haben wir den Wert locker unterboten, ohne darauf zu achten. Das finde ich schon mal sehr gut, aber wie soll ich mit einer 90 Kilowattstunden Batterie die 470 Kilometer erreichen, wenn ich eben rund 25 Kilowattstunden pro 100 Kilometer brauche? Da kann man relativ schnell rechnen, da weiß man sofort, wir landen bei rund 400 Kilometern. Bei uns waren es glaube ich ungefähr 370, die das Fahrzeug angezeigt hat beim Start. Tatsächlich hat es aber nach der Fahrt immer noch fast 270 Kilometer angezeigt. Also der Wert ist tatsächlich Realität und damit ist er für mich absolut alltagstauglich. Was ein bisschen Nachteil ist, ist das Thema Laden, wie bei allen Elektrofahrzeugen. Entweder gehe ich an öffentlichen Lader, an einen Schnelllader, dann ist das Fahrzeug ruckzuck wieder voll oder nachgeladen oder aber ich lade zu Hause an der Haushaltssteckdose. Dann dauert es aber rund 30 Stunden den Wagen voll zu laden und das ist dann wiederum einfach weniger praktisch.